Ähm, okay. Schlüssel. Nummer 1. Okay. Alles klar. Ich hab verstanden, worum es hier geht. Ah, das ist gar nicht so einfach. Äh, Mist, der hat mich getroffen. So. Wow. Irgendwie hab ich das gerade gemacht. Ich weiß nicht wie. Äh, ich mein, das war jetzt einfach nur ein Reflex am Ende. Und, äh, keine Ahnung, das hat einfach geklappt. Irgendwie, keine Ahnung wie. Ich bin nur zweimal so weit gekommen. Nur einmal so weit. Gut. Ähm, ah ja. Das... Wow. Der schießt aber schnell. Ui. Hallo. Ist mal irgendwie genug... Alter, wenn der nicht so schnell schießen würde, wär's ja okay. Aber mit der Geschwindigkeit zu schießen ist doch ein bisschen arschig. Also... Achso, der schießt am Anfang nicht, weil da eine Decke über mir drüber ist. Ich stehe. Okay. 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 Wau. Da kommt natürlich noch Segen dazu. Ok. Wow. Hm. Yep Ah So Jetzt war ich so perplex in meiner Taktik, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich zu langsam bin. Okay, das war dumm. Ich muss da mal ein bisschen weniger auf das Ding da oben achten an der Stelle. Ich darf auch nicht zu schnell sein. Missed. Ich bin jetzt total ruhig, merke ich gerade Ich bin gerade sehr konzentriert, ja Weil ich versuche, mir die Taktik rauszubringen Also, ähm, mein Gedanke ist halt Ich muss den hier bei den Sägen immer links und rechts einmal spawnen lassen Oh, ich hab noch gelebt, ich hab's nicht gesehen Oh Mist Ähm Und ja Dadurch, dass ich den hier praktisch links und rechts spawnen lasse Hab ich halt den Vorteil, dass ich Dass ich halt den Raketen ein kleines bisschen lenken kann Und das ist, denke ich mal, wichtig Weil die sind nämlich, wenn sie zu curved fliegen Dann, äh, ja, dann erwischen sie mich Deswegen laufe ich nicht so weit vorne, weil die verfolgen mich auch ein bisschen Und je weiter geradeaus sie sind, desto mehr Radius haben die Deswegen kann die, konnte die jetzt zum Beispiel umdrehen Ich hab das jetzt bloß zum Zeigen gemacht, ne Ähm Deswegen ist es wichtig Dass ich viel, äh, zum einen nicht nur in Bewegung bleibe Sondern auch möglichst nah unter der Kanone bleibe Weil dann die Raketen nämlich nicht so viel sich bewegen können Und ja, wenn sie sich nicht so viel bewegen Dann kann ich sie relativ leicht auf den Boden lenken Also je kürzer der Weg, desto besser Ja, das war jetzt zum Beispiel kacke Wenn ich aber zu, äh, lange halt an einer, äh, unter der Karune bleibe Dann wird durch die Sprünge, werden dann diese Raketen schwieriger Weil sie mich dann durch die Sprünge, durch die schnelle Vorwärtsbewegung Ziemlich gut snipen können Und im Fall kann ich halt, äh, im Flug kann ich halt nicht ausweichen Das ist das Problem Links, rechts, links, rechts Und dann, ich einmal durch Dann muss ich irgendwie noch für diese Segen ausdenken Mein Fokus ist halt viel zu sehr auf die Kanone in der Mitte konzentriert Als dass ich irgendwie, äh, mich noch auf die Segen extra konzentrieren könnte Ich hab das Gefühl, ich muss bei den Segen tatsächlich einfach sagen Jo, okay Ich muss sie jetzt aus dem Oldenwinkel machen Oder, äh, einfach mal so Das war zu lange gewartet Da war die Säge hinten schon wieder zu nah Links, rechts Das war doof Ich bin, ich hätte einen kurzen Moment warten müssen Rechts, links, rechts Ah, verdammt Das Level ist komplizierter, als es aussieht Das ist tatsächlich, ähm, gar nicht so einfach Man muss hier viel nachdenken Und das sorgt dafür, dass halt dieses Level ein bisschen schwieriger ist Mist Wenn die Kanonen nur mit dem halben Speed feuern würden, wie die anderen Dann, ähm, ja, wäre das Level ein Witz Und wäre es schon längst geschafft Da war ein Meatball Oh, ich hätte jetzt nur noch gerade ausgrennen müssen Mist In die Rakete, äh, in die Raketsäge gerannt Falsches Timing Mh-Mh, mh-Mh Mist Mh-Mh Nyeeech Fail Ich muss eigentlich nur an diesem blöden... ...Kreissägen vorbei Hm... Mist ...Kreissägen vorbei Mist Mh hmmm ...Kreissägen vorbei F-L värld ...Kreissägen vorbei Flähden Flähden Danke Oh man Okay Okay Das ist ein interessantes Level Aber easy Oh mein Gott Pinke Soße Äh Pinke Soße Hilfe Bin nicht schnell genug Für die pinke Soße Okay Nein! Verdammt! Wow! Da kommt aber noch viel! Oh! Oh! Alter! Das kann man nicht schaffen! Jedenfalls nicht so, wie ich das versuche! Irgendwas ist mir noch falsch! Ich glaube, das könnte ich auch in einem Sprung schaffen! Ja! Ja! Das ist mir noch falsch! Ah, Mist! Ich glaube, das ist fast alles in einem Sprung machbar! Ich probiere es einfach noch nicht richtig! Warum kriege ich denn das jetzt nicht hin? Hm! Vor allem, bis Meat Girl gespawnt ist, ist praktisch hier schon die Suppe viel zu hoch! Das war eigentlich ganz gut! Mist! Ja! 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 Das stört mich nicht! So, ich muss mich kurz mal an der Nase kratzen Oder jucken Wie auch immer Ach, Mist Ja, Nase juckt halt schon wieder Ich kann es eigentlich vergessen, wenn ich erstmal einmal Eine Sekunde stehen geblieben bin Von daher Mach ich es auch gar nicht erst Wow, ui Geht das? Naja, keine Ahnung Oh, diese eine Stelle Ich bin der sicheren Meinung Dass das das Ende von dem Level ist Oder auch nicht Keine Ahnung Mist, ich muss auf jeden Fall auf die Seite Alter, das Level ist übelst krank Ah, das ist wieder so ein Outdoor-Aplus-Level Weil man hat halt nur begrenzte Zeit Also Hast du sowieso auch Aplus Weil Viel schneller als die begrenzte Zeit Kannst du es halt eh nicht schaffen Deswegen finde ich solche Level Dumm auf eine Zeitberechnung Ähm So Okay Ja, nein Oh, ich war fast oben Okay, ich weiß aber, dass die Zeit doch reicht Wenn ich es so mache Ah Das macht mir ein bisschen Druck weg Und ohne Druck spielt sie es bekanntlich besser Ah, das Replay von dem Level möchte ich sehen Das möchte ich selbst sehen Das können wir ja gleich nochmal angucken dann Oh, mach ich das jetzt Oh, ich renne ja jedes Mal rein Jetzt muss ich wieder Ja, sie jucken Warum ist meine Nase gerade so ein Feind gegen mich Scheiß Nase Wäre ich doch als Grelin geboren Hätte ich keine So Das sah eigentlich schon Sehr stylisch aus Was war das denn? Oh, ich verstehe Verstehe nicht, warum der manchmal einfach nicht Weiter will, sondern lieber an das Ding ditcht Ja genau Jetzt sind wir plötzlich zu hoch Meat Boy Meat Girl Bandage Dingens Wie auch immer So, geht doch Ich bin jetzt